Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Kaderanalyse des Hamburger SV. Hamburg ist ja aktuell auf dem besten Wege, endlich wieder in der Bundesliga zu spielen. Man steht auf einem sehr, sehr guten zweiten Tabellenplatz und hat eine wirklich sehr gute Ausgangslage für die Rückrunde geschaffen. Im Wintertransfer-Fans hat man ja im Kader schon ein bisschen geschraubt. Meiner Meinung nach hat man für eine Kaderbreite die Qualität nochmal erhöht und deswegen glaube ich auch daran, dass man den Aufstieg schaffen kann. Unabhängig davon laufen natürlich schon die Planungen für die kommende Saison und da ist natürlich auch immer wichtig, welche Verträge enden und welche Spieler werden im HSV am Ende möglicherweise auch ablösefrei verlassen. Wir haben fünf Spieler, auf die das zutrifft, wo der Vertrag am 30.06. ausläuft dieses Jahres und wir schauen mal darauf, wer bleibt, wer könnte gehen, wie sieht die aktuelle Tendenz aus. Legen wir direkt mal los mit einem Leihspieler und das ist Noah Katerbach. Denn zu den auslaufenden Verträgen werden natürlich auch die der Leihspieler und dort ist natürlich auch Winternaulzugang Noah Katerbach mit dabei. Der ist ja aktuell vom 1. FC Köln ausgeliehen, nachdem er zuvor für den FC Basel auf Leihbasis gespielt hat und ist vor allen Dingen auch als Ersatz für Tim Leibold geholt worden. Grundsätzlich hat sich ja damit auch auf der linkseiteiligen Position erstmal noch nichts geändert. Miro Muhaim ist dort der Stammspieler, Noah Katerbach ist sein Backup und auch deswegen wundert es nicht, dass er nach zwei möglichen Spielen in der 2. Bundesliga zweimal als Joker zum Einsatz kam, jeweils eine Minute, wobei er ja dort sogar eher offensiver eingewechselt wurde, um einfach auch das Ergebnis ein bisschen über die Zeit zu bringen. Logischerweise hat Noah Katerbach mit 21 Jahren den klaren Anspruch zu spielen und da muss man sicherlich mal gucken, wie sich die ganze Geschichte im Laufe der Rückrunde entwickelt. Ich denke mal, diese Laie war für alle Beteiligten einfach erstmal eine gute Lösung. Hamburg hat eine wirklich solide Lösung als Nachfolger für Tim Leibold bekommen, natürlich auch relativ kostengünstig. Noah Katerbach mit der Chance, sich in Liga 2 ein halbes Jahr zu beweisen, weil es eben zuvor bei Basel auch nicht mehr so lief und für den 1. FC Köln eben auch die Gelegenheit, den Spieler nochmal in einem anderen Umfeld reifen zu lassen. Deswegen ist natürlich auch viel davon abhängig, wie sich seine Spielanteile im Laufe der Rückrunde entwickeln. Eine Kaufoption gibt es ja auch erstmal nicht und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Katerbach planmäßig erstmal am 1.7. zum 1. FC Köln zurückkehren wird und man dann wirklich nochmal sprechen wird, wie sieht die Möglichkeit beim HSV aus, wie ist dort die Perspektive und vor allem auch wie plant beim FC der Trainer Steffen Baumgart mit ihm. Denn genau dort hatte Noah Katerbach durchaus seine Probleme. Er galt ja vor so 2-3 Jahren als das große Talent auf der Position des linken Verteidigers. Seine Entwicklung ist so ein bisschen in Stocken geraten, aber trotzdem ist der deutsche U21-Nationalspieler natürlich noch extrem jung und kann sich noch sehr gut weiterentwickeln. Hier hängt wie gesagt sehr viel davon ab, wie sie seine Spielanteile entwickeln. Ich gehe Stand jetzt aber erstmal davon aus, dass man die Situation im nächsten Sommer in Köln auch erstmal neu beurteilen wird. Ein realistischer Abgang im Sommer ist sicherlich Stand jetzt auch Xavier Amechi. Der spielt ja seit 2019 schon für den Hamburger SV, ist ja damals für satte 2,5 Millionen vom FC Arsenal gekommen und hat bislang noch nicht so richtig Anschluss in Hamburg gefunden, auch nicht gute 4 Jahre später. Zwischendurch ging es ja für ihn mal per Laie zum Karlsruher SC, genauso wie zu den Bolton Wanderers und seit dem letzten Sommer ist er eben wieder in der Hansestadt. Sein Start in die Saison war ja sogar gut, am ersten Spieltag gegen Braunschweig wurde er eingewechselt, hat ein wichtiges Joker-Tor gemacht, aber danach, und das ist ein Problem und das eben schon seit Jahren, fiel er aufgrund einer Verletzung erstmal wieder ein paar Wochen aus. Ab dem Herbst waren er wieder fit, im September und Oktober sammelte er auch regelmäßige Kurzeinsätze, war aber manchmal noch gar nicht im Kader und natürlich hat sich die Position auf den Flügelpositionen eh nochmal so ein bisschen speziell entwickelt, weil man eben dort gute Transfers im letzten Sommer schon getätigt hat, sich generell breiter aufgestellt hat und nun gab es ja auch noch einen Außenbandriss im Sprunggelenk, wodurch Amechi mal wieder ausfällt. Deswegen sehe ich die Zukunft des Engländers über den Sommer hinaus auf jeden Fall nicht mehr in Hamburg. Letzten Sommer hatte er ja eine gute Vorbereitung gespielt, dann gab es das Spiel gegen Braunschweig, da hätte man sicherlich schon auch denken können, ja gut, vielleicht kommt da nochmal was, aber ich glaube, hier macht es auf jeden Fall Sinn, sich im Sommer zu trennen und das Kapitel damit auch endgültig zu beenden. Ein spezielles Kapitel ist sicherlich auch das zwischen Tom Mikkel und dem Hamburger SV, denn der 33-Jährige ist sicherlich einer von diesen typischen Torhütern, die sich komplett in den Dienst der Mannschaft stellen, da sind, wenn sie gebraucht werden, aber eben auch nicht meckern, wenn sie auf der Bank oder auf der Tribüne sitzen. Klar, bei Tom Mikkel ist die Perspektive ohnehin klar, Daniel Hoyer-Fernandes ist die logische und folgerichtige Nummer 1 und mit Matteo Raab hat man eben einen jungen Keeper im letzten Sommer geholt, der jetzt erstmal die Nummer 2 ist. Tom Mikkel hat somit Platz gemacht auf der Bank, ist er mittlerweile in Anführungszeichen nur noch die Nummer 3, aber ich denke mal, auch das ist jetzt nichts, was eine komplette Katastrophe für ihn ist, weil ich glaube, Mikkel weiß ganz genau, was er am HSV hat und der HSV weiß aber auch ganz genau, was er an Mikkel hat. Nicht umsonst hat man die letzten Jahre immer wieder auch mit ihm verlängert und weitergearbeitet, war ja mal zwischendurch zwei Jahre bei Greuter Fürth, wo er dann eben auch wieder zurückgekehrt ist und ich finde, Mikkel passt einfach perfekt beim HSV rein. In der aktuellen Saison hat er natürlich auch ein bisschen Verletzungspech, fällt ja aktuell aufgrund eines Rippenbruchs aus und natürlich ist sowas für einen Torhüter sicherlich auch nochmal etwas unangenehmer und unpraktischer als vielleicht für einen Feldspieler und muss natürlich auch dann wieder etwas rankämpfen. Klar, in der Torhüter-Hierarchie ist die Perspektive für ihn eh jetzt nicht so, dass er sicherlich nochmal als Nummer 2 oder Nummer 1 beim HSV angreifen wird. Ich glaube aber auch nicht, dass das irgendwie sein Anspruch ist. Ich glaube schon, dass er auch mit seiner Rolle in Hamburg sehr, sehr gut leben kann, auch sehr zufrieden damit ist. Ich sehe ihn jetzt auch nicht bei einem Vereinswechsel innerhalb der zweiten Niga oder runter in die dritte, damit er wieder mehr spielt. Ich kann mir hier gut vorstellen, dass man seinen Vertrag nochmal verlängert, um einfach im Torhüter-Trio auch einen erfahrenen Mann zu haben, wo du genau weißt, was Sache ist, wo beide Parteien voneinander wissen, was man voneinander hat, was man voneinander erwarten kann. Und deswegen kann ich mir hier auf jeden Fall gut vorstellen, dass sein Vertrag nochmal verlängert wird. Ein weiterer Leihspieler, den man im Winter an Bord geholt hat, ist ja Javi Montero. Denn im Winter-Transfer-Fenster war ja die Abwehr generell die große Baustelle und erst recht die Innenverteidigung bedingt durch die Sperre von Mario Wuskovic. Ganz interessant war ja dann, dass man eben auch mit Montero einen Innenverteidiger gefunden hat, der auch genauso gut auf der linken Seite verteidigen kann. Und damit hat man neben Noah Katerbach noch eine weitere Alternative hier an Bord geholt. Gut, Montero stand ja gegen Braunschweig und Rostock zum Beginn der Rückrunde jetzt auch zweimal schon im Kader. Hat noch nicht gespielt, aber ich denke mal, das hat jetzt auch nicht wirklich überrascht, dass er noch nicht gespielt hat. Denn Schonlau ist ja ohnehin gesetzt als Innenverteidiger. Jonas David hat es eben auch ganz gut gemacht. Mit Montero ging es erstmal jetzt auch darum, eine Alternative zu finden, die sich eben auch dann mittel- bis langfristig möglicherweise durchsetzen kann. Denn natürlich ist auch klar, der 24-Jährige ist jung. Er hat Potenzial, er hat natürlich auch schon eine gewisse Erfahrung gesammelt bei Besiktas, bei Atletico Madrid oder auch generell in Spanien. Und ist natürlich auch ein sehr, sehr gut ausgebildeter Innenverteidiger. Deswegen glaube ich schon, dass er dem HSV auch in dieser Saison noch wirklich mit vielen Einsatzzeiten helfen kann. Weil er für mich auch ein Spielertyp ist, der nochmal andere Komponenten mit reinminkt als die, die du eh schon hast durch deine Innenverteidiger. Und er wird sicherlich in den nächsten Wochen angreifen. Hier ist natürlich auch klar, dass es erstmal eine Kaufoption gibt für Hamburg. Es gibt die Option, ihn im Sommer auf jeden Fall fest zu verpflichten. Und unabhängig davon, ob jetzt Besiktas das möchte oder nicht, es gibt diese Kaufoption. Hamburg ist Herr der Dinge und deswegen könnte es auf jeden Fall hier eine Festverpflichtung geben. Ob das Stand jetzt realistisch ist, ist natürlich relativ schwer abzuschätzen. Hier hängt es ganz klar von der Entwicklung der Rückrunde ab. Ich kann mir aber schon gut vorstellen, dass man Montero verpflichten wird, weil er einfach als Linksfuß, als flexibler Innenverteidiger nochmal eine ganz andere Alternative ist, als all die, die man eh schon hat. Und deswegen wird er sich sicherlich auch hier nochmal zeigen können. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie hoch die Kaufoption ist. Habe ich keine näheren Informationen zu. Marke beträgt ja 2 Millionen oder 2,5 Millionen Euro. Wird wahrscheinlich, denke ich mal, ein Ticken darunter liegen. Also auch nicht komplett günstig, aber sicherlich gut zu finanzieren. Und das ist sicherlich ein Thema, was man noch abwarten kann. Aber ich glaube schon, dass Javi Montero und der HSV mittelfristig gut funktionieren wird. Und die große Frage in diesem Video ist, was passiert eigentlich mit Sonny Kittel? Denn der war ja gefühlt im Winter schon weg. Es sollte für ihn nach Saudi-Arabien gehen. Es gab sogar schon einen Medizin-Check. Am Ende hat er die ganze Geschichte aber dann doch abgesagt. Und er ist beim HSV geblieben. Die Mannschaft hat sich ja auch sehr darüber gefreut, wie man auch in mehreren Interviews gehört hat. Dort ging man ja eigentlich schon davon aus, dass Kittel auch nicht wiederkommen wird. Und auf einmal war er dann doch wieder in der Kabine. Und dass Sonny Kittel mit seinen 30 Jahren noch weiterhin unglaublich wichtig ist für das Spiel des HSV, zeigt sich ja auch in der laufenden Saison. Gegen Rostock war er zwar zuletzt nur auf der Bank. Gegen Braunschweig wurde nur eingewechselt. Das lag aber sicherlich auch an dem ganzen Wechseltheater, dass man ihm jetzt auch ein bisschen Ruhe geben wollte. Aber auch im Laufe der Hinrunde hat er ja sehr, sehr viele Spielerteile gesammelt. Am Ende hat er ja bislang auch 5 Tore in 18 Spielen vorbereiten können. Klar, in der HSV-Offensive konzentriert sich vielleicht nicht mehr alles auf die Nummer 10. Man ist da einfach einen Ticken flexibler und sicherlich auch qualitativ besser geworden als noch vor ein oder zwei Jahren. Aber Sonny Kittel ist ein Unterschiedsspieler. Und ich bin der Meinung, vor allem wenn er im Zentrum spielen darf, dann ist er ein Megaspieler in der 2. Bundesliga. Und natürlich ist auch dieses Kapitel Kittel und Hamburg eines, was schon häufiger mal vor dem Ende stand. Auch im letzten Sommer gab es ja konkrete Abgangsgerüchte. Auch da war er ja schon gefühlt weg und ist dann doch geblieben. Und deswegen kann ich mir auch sogar vorstellen, dass hier eine Vertragsverlängerung gar nicht mal ausgeschlossen ist. Denn Kittel selber ist natürlich jemand, der vielleicht auch nochmal darauf guckt, wo man finanziell vielleicht nochmal einen besseren Deal aushandeln kann. Nicht umsonst gab es jetzt die Gerüchte um Saudi-Arabien und auch zuvor mal um die USA. Aber natürlich lockt hier möglicherweise auch nochmal die Bundesliga. Denn dort hat sich ja Sonny Kittel nie wirklich durchsetzen können. Er galt ja bei Eintracht Frankfurt mal als das große Talent auf der 10er Position. Das hat nie so wirklich funktioniert in der Bundesliga. Und somit wäre es natürlich auch für ihn die Chance beim Hamburger Aufstieg eine wirklich gute Rolle in einer Bundesliga-Mannschaft zu spielen. Und für Hamburg selber wäre es sicherlich auch attraktiv, so einen erfahrenen Mann da noch weiter in dem Kader zu haben mit seiner spielerischen Klasse. Und es hat ja auch so ein bisschen durchklingen lassen während dieser ganzen Saudi-Arabien-Geschichte, dass auch Hamburg selber überhaupt nicht abgeneigt ist, dass Kittel in der Rückgründe noch bleibt. Und selbst eine Vertragsverlängerung dann auf jeden Fall noch möglich ist. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, diese Personalie Sonny Kittel. Und ich kann mir tatsächlich wirklich vorstellen, dass man hier den Vertrag dann doch nochmal verlängern wird. Schauen wir nun nochmal auf die Übersicht. Verbleibt ja oder nein? Wer geht, wer bleibt? Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass die wahrscheinlichste Vertragsverlängerung bei Tom Mikkel liegt. Ich glaube hier ist es auch nur noch eine Formsache. Vielleicht labere ich auch kompletten Unsinn und alle Hamburg-Fans sagen jetzt, nee, das wird im Sommer irgendwie beendet. Er will nochmal woanders hin oder will vielleicht aufhören. Keine Ahnung, aber für mich, wenn ich mir den Spieler Tom Mikkel angucke, das Spielerprofil, dann schreit es für mich eigentlich danach, mit ihm als Nummer 3 auch weiterhin zu planen. Relativ wackelig und damit unsicher bin ich bei den Spielern Javi Montero und Sonny Kittel, wie vorhin beschrieben. Bei Montero hängt es ganz klar von den Einsatzzeiten ab, von dem, wie er sich einfach selber entwickelt. Dann kann Hamburg selber entscheiden, wie man mit ihm plant. Hängt vielleicht auch damit zusammen, was jetzt mit Wuskowitsch noch mittelfristig passieren wird oder nicht. Und bei Sonny Kittel ist es halt, ja, ein Thema, wo es ja wirklich verschiedene Perspektiven gibt. Auch im Winter wurde ja wie gesagt darüber gesprochen, ob er jetzt geht, ob er noch bis zum Sommer bleibt, ob er vielleicht sogar einen neuen Vertrag unterschreiben wird. Da ist halt gefühlt alles möglich und ich glaube, das ist auch weiterhin so. In Sachen Abgängen bin ich mir auf jeden Fall bei Ameji sicher. Es wird mich sowas von wundern, wenn man da nochmal den Vertrag verlängern wird. Vor allen Dingen auch beim Aufstieg würde ich diesen Kaderplatz nicht mit Ameji besetzen. Und bei Nordkaterbach gehe ich auch davon aus, dass das erstmal für alle Beteiligten eine solide Lösung für dieses halbe Jahr ist. Die Frage ist aber hier, kommt da wirklich so sehr an Miro Muhheim vorbei, dass eine Verpflichtung über den Sommer hinaus Sinn macht? Ich denke mal, er wird sich im Sommer unter Steffen Baumgart in der Vorbereitung erstmal wieder in Köln präsentieren. Wenn das nicht funktioniert und Hamburg dann erneut vielleicht auf der Suche ist nach einer Alternative für Muhheim, dann könnte es hier nochmal eine Verpflichtung geben. Sehe ich aber, stand jetzt eher unwahrscheinlicher als zum Beispiel im Vergleich bei Javi Montero. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Wer verlässt in HSV an diesen Spielern, deren Verträge auslaufen und wer könnte über den Sommer hinaus bleiben? Schreibt das mal gerne in die Kommentare und schaut auch gerne weitere Teams vor für dieses Format. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball! Bis zum nächsten Mal. Tschüs! Tschüss! Tschüs! Tschüss! Tschüs!